Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Call of Duty Modern Warfare Runde Troubletown intern. Wie beim letzten Mal schon gesagt, müssen wir erstmal, oder sind wir erstmal noch in der Findungsphase, was Settings, Teams und so weiter angeht. Deswegen habe ich mich in der Runde ein klein bisschen zurückgehalten, wollte ein bisschen stylen, viel mit dem Messer hantieren und so weiter und so fort. Nicht um jetzt die Gegner da zu demütigen, sondern um einen allgemein lustigeren Spielflow zu bieten für alle Parteien. Denn, wie gesagt, hinterher wird sicher noch getryhardet, so wie Modern Warfare Remastered am Ende, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, wir nehmen immer so zwei, drei Folgen in einer Session auf. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Wie, wen's, wen's, äh, Chico immer. So, wenn ich dich jetzt abschießen werde. Chico, spektatet. Du bist schon so gut wie tot, Adams, ich seh dich. Wieder mal im Friseursalon, hä? Ja, klar. Er wollte sich eigentlich einen Teppich kaufen, hat er gesagt. Da muss ich echt langsam mal wieder hin, dann warten wir immer länger. Sag mal, wenn du da bist. Okay, beim Friseursalon. Zwei Leute im Tunnel? Das ist ja frech. Ja. Oh Gott, oh Gott, ich hab kein gutes Loadout mit, glaube ich, für die Map. Oh Gott, close! Er hat einen Car-Hit, kommt ein Tunnel raus. Oh, ich bin nicht im Weg. Oh, ich muss nicht aus. Loi, was ist das denn für ein Visiermack? What? Terminal. Tunnel links. Was gibt's? Und beim weißen Truck, und geradeaus. Kein guter Moment, gestunt zu werden, wo ist er denn? Hier rechts ist einer. Im Tunnel, die anderen sind auf Beton. Was ist das für ein Skopf, Alter? Ja, das war geil. Der ist auf Beton. Suppressing Fire, ich brauch Hilfe bei A, bitte. Oh, Brücken fällt's. Da war aber auch ungewöhn. Rechts, 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 rechts. Er ist an der Bombe, er ist an der Bombe. Der Brutz, er ist an der Bombe. Ja, ich weiß nicht, wie du sagst, dass er rechts ist, die ganze Zeit. Ego. Ah. Vorsicht, das ist Dalu, ne? Mhm. Äh, das ist die Zingumere, das sehe ich wahrscheinlich nicht. Ja. Ah, okay. Oh, oder so. Puh. Was für ne Waffe ist das, Dalu? Das ist MK2. Das ist ne Shotgun. Nein. Das ist ne Sniper. Ist die Shotgun auch. Die, 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 die Waffe. Alter, ich bin dafür, dass man die Shotguns auch verbieten hinkt zu den Snipern. Äh, zu den Shotguns. Mit, äh, mit Rotpunkt ist es wie ne Shotgun. Also ich glaub, du hast die Shotgun noch nie gesehen. Ja, das ist, ich glaub, ich hör'n immer zu. Du musst noch dazu sagen, dass man die Shotgun nicht lange sieht aus der Nähe. Stell dir vor, es würde ein Kampfjet durch den Tunnel fliegen. Ja, das, so ist die Shotgun. Das ist halt wirklich der, das ist die Shotgun. Das ist, äh, das ist, glaub ich, die OP-ste Waffe, die es jemals gab im Spielen. Äh, ja. Fuck an. Und ihr müsstet das Perk mitnehmen, dass ihr weniger Schaden durch Schusswaffen bekommt. Dann überlebt ihr auch einen Schuss. Gibt's das? Ja, ich glaub nicht. Wieso, Tau Tau, hab ich dich nicht erwischt? KDR oder so. Er liegt da noch, oder? Ja, er liegt da auch noch und ich treff... Oh, Kapuze ist auch da irgendwo. Hallo. Hallo, Kapuze. Oh, jetzt kommst du da gleich. Was, wo denn? Oh, shit. Elf, der Tettikladen. Da hab ich ihn auch noch. Kommt ihr klar? Links auf A, draußen. Und der könnten... Ja, irgendeine hat... Puh! Oh! Warte mal kurz, ich hab ne Raketenwerfer mit. Vorwärts! Jung! Max! Erstmal das Luftabwehrsystem gestartet hier, ey. Geiles Go! Oh Gott! Das ist ziemlich okay, oder? Ja, das ist Thermal halt. Ja, das ist schon nice. Ja, Thermal. Wer hat Thermal? Max, er hat eher so schwarz-weiß, aber das find ich auch gut. Ich hab runtergescrollt in der Scope-Liste. Oh, das ist... Ah ja. Ah ja. Voll erwischt, ey. Ist nicht rumgefallen. Keine Shotgun. Ich kann's ja eigentlich gerade eben... War das... Was war das gerade eben, was mich so fast down gemacht hat? War denn ein Claymore? Ja. Ist es das? Weiß ich nicht. Hä? Das ist ein Raketenwerfer dadurch. Das ist korrekt. Juuu! Hier, guckt euch mal meine Pistole... Sag mal, äh, ist die Schrot-Munition bei den Pistolen erlaubt? Was? Ich glaub, das macht nicht so Unterschiede, oder? Was? Auf dem Revolver hab ich die Schrot-Munie genommen. Das ist aber auch nicht... Du dürftest aber auch nicht oft schießen können, ne? Äh... Sechs Schuss. Mit der, mit der, mit der. Tau da im Teppichladen. Lade nach! Was verkauft der denn? Warum hab ich so wenig Muni? Tja, Tja, Tja. Fertische Teppiche. Feinste Ware. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ah. Kleine Schmuck, schmuck... Hast du ihn gerade Schmuck geschmuck gemacht? Ja. Weg. Komm' schon! Alter... Lass' nach links weg, ne? Auf dem Schigo? Ja, ja, ist'n Tunnel. Komm' auf'n Brunnen. Ja, dann... Könnt ihr hinterher kommen, wenn ihr euch traute? Die Fassung kaputzt. Hör' mich hier? oder die ecke Der Mann wird dir gar nicht so geil. Mach ihn! Mach ihn! Wurf besser! Das wurft besser in Verzweiflung. Was, bei dir auch? Ah Gott, der ist rechts. Zwischen A und B. Guck ich denn gerade zu? Ach, der Bombe guck ich zu. Oh! Das war der Rohrbach. Der ist hinten auf der Brücke. Er ist doch neben dir. Messer ihn doch! Der ist im Spawn. Hör dich hin, der ist bei denen im Spawn. 46 Sekunden Alex, du musst die Bombe legen. Der ist bei denen im Spawn, macht er keine Sorgen. Dann soll ich so da tun, wo du bist. Ich lüg jetzt. Ah Quatsch, du hast doch nichts gesagt alles. Leg ihn mal B, leg B. Lüg, der lüg. 30 Sekunden, kannst du die Bombe mal holen jedenfalls? Habe ich doch. Er hat die Bombe. Ja, ich seh das. Verdeckt er sich? Auf der Bombe wahrscheinlich. Die Bombe ist Search and Destroy. Hör dich auch mal. Destroy doch mal. Ey, ich bin so mad, wenn er mich die ganze Zeit verfolgt hat, wenn er jetzt hinter mir steht. Was war das? Was war das für eine Runde? Du hättest es machen können. Du hättest einfach plästen können. Was war das? Alex war einfach verwehrt. Vote Kick, bitte. Vote Kick. Vor dem B-Spot. Hä? Warum? Du musst an einem Spot plästen. Ah, die Bombe lag doch bei euch. Nehmt die Bombe. Nein. Ja, das ist du. Nein, die lag nicht unbedingt in dem Moment. Die Bombe gehört uns. Zerstört ihre Waffen. Deswegen. Ich habe nach fünf Sekunden im Flugzeit. Oder war das gerade verbuggt? Bei mir lag unbedingt im Kunde. Ja, du lag aber im Kunde. Okay. War ja egal. Also. Musstest du ja trotzdem holen. Du bist ja andererseits bei der Map gelaufen. Links außen, links außen. Oh, scheiße. Da lo down, da lo down. Rechts außen Shigo. Alex hinten snapped. Was ist das? Das ist eine Drohne. Oh. Bei B ist noch einer. Okay, die UV kann ich raushauen. Die bringt eh nichts. B, das ist B. Oh Gott. Die Drohne bringt eh nichts. Wir haben alle das Perk drin. Ne, ich habe das Perk nicht drin. Ich kenne ja meine Perks. Was man das ja aufschenkt. Die Drohne drinnen haben. Und ich sehe dich. Ach. Oh, ist links. Okay. Unsere Bombe ist aktiv. Bewacht sie mit eurem Leben. Wo war es hier? Ich höre dich. Oh. Das ist ein Shotgun. Schuss gesehen. Adi hast du ein Messer vorbeigeflogen eben. Nein, er hat mit der Shotgun geschossen. Was? Nein. Das ist doch. Also keine Shotgun. Also. Okay, das ist eine Pistole. Mit Shotgun. Ja, Moni. Das sieht doch aus wie die Shotgun. Gar lustig. Ja, ne. Ich führ raus bitte die Monita aus den Revolver. Ja, okay. Quatsch. Na, behalt drinnen. Ja, ja. Doch Wurst. Der Revolver, das schießt doch ewig langsam. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen ist die Shotgun auch so unglaublich. Die schießt ja so wahrscheinlich. Aber ich habe die auch drin. Guck mal. Mit der K ist das auch, ja. Ja. So. Keine Sniper, bitte keine M4. Keine AKs. Obwohl die K. Keine One. Keine Headshots. Keine Headshots. Na ja. 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 Wo ist er denn? Ah! Oh! Oh! Da ist ein B-Haus oben drin. Ach, gesche... Ich höre ich... Das war knapp, Dado. Nein. Da habe ich nichts. Oh oh. Au! Da ist doch so ein Perk drin, dass du mehr ausheilst oder was. Es gibt es ja. Wo ist das in welchem Link? Mittlere, glaube ich. Aber auch, ja. Also, okay. Nee. Der Spatiap ist das auch. Erste. Erste. KRD. Auf Englisch irgendwas mit E. Kannste euch leider nicht sagen, wo er ist. Ah, hinter uns! Der Spatiap ist das auch. Oh Gott, Alter, habe ich schlecht geschossen. Ja, hast du echt. Aber ich steh. Es wird nix dadurch. Drei Items. Ich habe keine Angst. Kommt schon! Hi! Oh, diese scheiß Wache, ne? Tötet im Nacken einfach nicht. Wo, wo? Das Messer? Ähm, in dem kaputten Haar. Beide! Das hätte man ein Double werden können. Ja, aber ich habe genau zwischen beiden, glaube ich, durch sogar geschossen. Ich habe keinen Hitmarker bekommen. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Da fliegt die Waffe. Bei Dardos in der Cam sah das, bist du super schnell um die Ecke gekommen. Besuchen und zerstören. Ja. Ja, Mensch. Alex, was hast du überhaupt für einen Skin? Ja, richtig hübsch, oder? Sieht halt aus wie so ein Nerd, der sich den auch so in dem Krieg verloren hat. Jeder Operator hat eine andere Nahkampf-Kill-Animation. Was? Wir müssen alle mal austesten, glaube ich. Aber ich bin immer noch nicht sicher, ob ich eine Nahkampf-Killer mit Sim schaffe. Immer wenn ich das gedrückt halte, messert er auch manchmal. Ich bin ein bisschen traurig. Einer ist links Turm, könnte kaputt sein. Alex, Teppich laden. Foto ist in den kaputten Haus. Könnte mit Nades schon fast drüben sein, oder? Kapuze war blaues Haus. Was? War das kein Shotgun? Nein, Sniper. I can go. Ähm, Foto, selbe Stätte, blaues Haus unten. Ich nutze keine Shotgun, ich würde es nicht sagen, wer es macht. Foto Richtung B. Wir haben auf A geplantet. Dann sind nicht alle da. Einer ist noch draußen. Er wollte gerade sagen, da können maximal zwei sein. Oh, da kommt er über C. War er über B? Über C, Junge. Ja, über C. Der geheime Spot. Ja, Entschuldigung. Er hat was ihn gesehen. Der hat ihn hier beschossen. Ich war Herrschaft geworden. Da ist er mal hinten. Jetzt habe ich einen. Oh, da ist wieder links. Am A. Ich glaube, die Toten sind tot. Ja, man darf es trotzdem ansagen. Ja, ja. Oh, das... Ja, ich wusste nicht, ob das reicht. Ich wusste nicht, ob das reicht. Du hast doch keinen Schrapnelldreh. Der Vorwärts sei ein Tod. Ich dachte, die wäre vielleicht ein Stückchen zu weit weg. Wenn das Eiken rot ist, ist es tödlich. Oh, ja. Also, dass ich Damage kicke, das war klar. Aber er hat ja gepinkt dann direkt. Seitenwechsel. Einos versucht hier Serious zu gewinnen. Was? Sehr älter. Kassiert jetzt. Schau doch mal. Ich habe hier nicht die meisten Abschlüsse. Mein Team carriert mich. Vielleicht nicht schlüssig, welche Waffen man spielen soll. Ich zeig dir jetzt noch, was alles spielen soll. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt. Kann ich mich auch noch nicht entscheiden. Ich würde M4 spielen, wenn es drauf ankommt. Ja, gut. Hatt ich erst überlegt und fand ich aber sehr langweilig. Warte Dalu. Ich beschütze dich. Komm her, komm her. Komm. Wir gehen rein hier. Okay. Duck dich. Perfekt. Da vorne links. Ja. Vorne links. Ja. Vorne links. Ja genau. Die war gut. Schrapnell. Nicht lange gestunt. Ich gehe weiter vor. Er ist hier links. Er ist hier vor mir. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Wie konntest du das denn verfehlen? Du hast ihn aufgescheucht. Hä? Er hat auf mich geschossen. Wo ist das Shigo? Danke fürs Backup. Weiß ich nicht. Ich habe einen getötet. Ja, du hast den, der mich getötet hat. Tunnel. Tunnel hinten. Ja, beim Brummeleingang war er letztlich. Oh, schöner Schuss. Mitte Trummel. Oh nein. Oh nein. Das war knapp. Die Kugel flog davon. Das war knapp. Dachst du die ganze Zeit? Du hast einen LMG. Was hat eine Kapuze mit einer Waffe? War das die Diegel? Nee, das war diese, was du hast. Ach, die MK2. Ich sehe sie gerade. Ich bin so erschrocken gerade. Nee, nee, es war eine MK2. Was ist das denn? Ja, habe ich eben schon gemacht. Hat nicht funktioniert übrigens. Ach so. Das muss übelst immer eigentlich sein. Hier ist es ziemlich stark. Wie wäre es für mich das alles? Das muss ich jetzt mal wieder machen und in einem Kreis. Ja, alles. Schildkrötenformationen oder was. Ja, gut. Bleiben ruhig zusammen. Dann passt das auch mit den Perks. So. Sehen sie was? Irgendwas pushen? Irgendwas pushen. Sehen sie nix. Ihr pusht was. Ich habe pusht was. Ja. Ist doch frech. Push ihn zurück. Oh mein Haus. Mit Stattdach außen. Das darf nicht wahr sein. Ah! Irgendwo. Im Haus. Links oder mittler. Alles cool. Mitte. Mitte links raus Haus. Links außen. Ich bin Gucci. Alles cool. Bumm. Die hinter uns. Hinter uns. Shigo ist im Tower. Ist low. Kapuze. Oder? Nee. Das hast du. Okay. Mach dir denn da hinten. Hinter mir. Toto du bist am Alex vorbei. Maxi. Late. Oh scheiße. Danke. Shigo wie bist du gestorben? Sorry Kapuze. Irgendwie du hast mich gekillt anscheinend. Er hat ihn angehittet. Die Sam-Tex die du geworfen hast. Hing im Fensterrahmen im Turm. Hoch. Das sah schon gemein aus. 200 Schaden. Du hättest dir auch was angehöhlt. Das versucht man jetzt auszudem Martin hier. Scheiße wenn du dieses eine Perk nicht drin hast. Stungranaten dich niemanden. Dann bist du wirklich ne Minute außer Gefecht. Also das ist super immer das Perk, wenn du keinen, also du kannst ja nicht so gut bewegen. Die Perks sind so wichtig. Ja. Wie weit schießt diese MK-Ding-Sidan? Eigentlich auf die Distanz würd ich schon sagen, alles was du siehst. Der Map. Oh oh. Ich denk dran, dass die auch wissen jetzt dadurch, wo wir sind. Ja ja. I do hope so. Okay, es wird Zeit für die Kapuze-Taktik. Ne, warte mal. Es wird ja immer gesagt, das Ding wär kacke, jetzt sag ich euch mal wie kacke. Vor dir im Haus ist einer. Ja, zu spät. Und jetzt denkt dran, items kann sich nicht bewegen, sie sind nur alleine. Ja, ich geh grad zeigen. Ja, lass die Drohne auch noch leben, nicht abschießen. Perfekt, nur noch items, der die nutzlose Drohne gespielt. Die ist sehr gut, du hast die Drohne. Ja, super geworden. Ja. Er ist im Haus. Und in euch. Luftmesser. Ich komme, ich geh vor, Leute. Chillt, chillt, chillt. Ich kann vorgehen. Was sagt ihr? Ihr seid weggerannt. Ich bin gar nicht so weit weg. Das wär ein Typ hier gewesen. Shit. Hier unten, unten, unten. Warum bin ich gar nicht unten? Wohnt, unten. Vor dann. Aus. Ich halte die Bewege auf. Voll die Hesse jagt, ey. Lass den Armen an. Wie alle hinterher sind. Eine Claimer hat keinen geholt, oder? Ich stammte davor am Ende. Du hast eine Claimer gelegt? Ja. Ja, ja. Aber er ist nach oben gerannt und dann direkt runter. Ja. Und noch einen Weg nach oben, oder die Claimer. Aber der schnellste Weg, wenn du mir auf der Treppe nachläufst, ist wieder nach unten springen. Über den Punkt. Ja, aber da waren sie noch zu weit hinten. Ich war knapp dahinter. Also ich wusste nicht, wo sie sind, in dem Moment, wo ich das gemacht habe. Das ist ja ne richtig Kackpol. Ich hatte... Oh! Hey! Siehst du auf mich nur weil ich schieß? Das unhöflich. Bautor ist im blauen Haus. Trinkt ihr ihr jeden Abend zu nem Mond rufen? 3 Stunden Richtung A. Alter, woher warst du das? Du bist da mitten ins Feld gedroht. Ja, das war ein guter Spot, oder? Ja, das war ein guter Spot, oder? Ja, das war ein guter Spot, oder? Ja, das war ein guter Spot. Ich glaube, ich sollte mal die Waffen wechseln. Warte mal. Das war richtig. Ich hab noch meinen Dings gewastet, ne? In der Ecke bin. Alter, wer hat nen Jet bitte? What the heck? Ich hab den weggemacht. Oh nein. Also ich hab den weggemacht. Hallo, ganz hinten, ja. Warte, lass mich vorgehen! Ja, Alex ist es, Alex. Warte, Alex, warte, chill! Ja, muss links sein, irgendwo eigentlich. Da liegt noch ne Claymore. Also links ist einer. Also links sind überall in der Dinge, ne? Warte, warte. Ihr könnt defusen. Die anderen beiden sollten auch zur Bombe gehen. Hier ist doch jemand, Alter. Das hast du nicht gesehen. Ja. Ah, die Fernsehbedienung. Fernbedienung. Ja, die Bombe sieht super gut aus. Ich will auch. Gewonnen. Gehen wir wieder da raus. Willst du ein iPhone reinpacken, oder was? Das ist viel teuer. Cool. Damit ist der Jet gar nicht so geil. Wenn du im Tunnel bist, hast du ja scheiße. Kann mal wieder mit seiner Mächtigen Samtex, Alter. Nö. Denkt das funktioniert zweimal. Lächerlich. Hat er aber noch rausgekriegt, oder? Der Jet da oben. Die Jet sind rausgeflogen. Hätte einer der für Sphera tot gewesen. Ne, ich stand da mit dem Schild vor. Also ich habe in Richtung Samtex abgeahmt mit dem Schild. Aber das Schild stirbt auch durch die Samtex. Nein. Was? Tut er nicht. War das nur die Splittergranate, die durch das Schild stirbt? Nur wenn die Nate oder was auch immer dahinter liegt. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Also es macht Damage, aber ich sterb dadurch nicht. Ich glaube wir können jetzt auch mal mit Team Attack spielen. Fällt euch auch ganz lustig. Krass. Toll. Dalu macht sich einen Abwurf klar, oder? Ne, ich habe ja nichts. Ich kann euch ja nicht so einfach messern. Das ist nicht so einfach wie ich dachte. Oh boy. Oh, was denn? 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 Dalu hat Tunnel-Eingang. Geht nach zu unserem Spot. Alter, war und da. Ich, ey, ey. Ich, ey. Außen. Vorsicht, links. Da war jemand im Brunnen. Ja. Na geht's dir gut? Oh, geht's dir? So spät wie möglich. Dadurch. Bleib mal auf dem Spot. Du kannst ihn sehen von da aus, wenn er defused. Kann ich das auch hören? Ja, du kannst es auch hören. Du musst leicht links durch die Wand schießen, wenn du ihn hitten willst. Mhm. Kann ich ja wählen immer. Wie sieht das aus wie? Lucky Nate. Gib Fersengast. Ne, bei 5 ist zu spät, Leute. Danke. Das hat aber gereicht. Ja, ich hab bei dem, wo Kapuze aufgehört hat, weitergemacht. Ja, ich hab da weitergemacht, ja. War echt? Das ist ja unfair. Ja, ja. Das hab mich auch gerade gewundert, ja. Die Codes, die ich da eingeben hab. Ja, eben. Die Zahlen. Stand. Mal nach Zahlen, oder? Mal nach Zahlen, oder? So interessant. Das war dabei nochmal. Aber die wissen bis heute nicht, wo ich war. Das war voll der gute Spot. In der Kiste, natürlich. Wo sonst? Ja, nochmal die Waffe. Da kam ein Krieg. Also, wenn man so gegeneinander spielt, ist es wirklich egal, welche Waffe man spielt, oder? Alles stark. Ich hab immer noch... Ich hab keinen Wurf, ist das scheiße. Oh shit. Hallo Toto. Hi. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Die sind links und Mitte beim Teppichladen. Äh, Teppichladen schon. Da ist einer in der Base. Bei uns? Ja. Kapuze wahrscheinlich. Oh, vor mir. Bei B. Bei B ist Chigo. Geh näher ran, geh näher ran, Danosch. Ja, ja, ich bin unterwegs. Die ist genau vor mir. Die springt hier rum, wie ne Böse. Ja, gut. Ah, hinter mir! What the fuck? The fuck? C auf. Alles ins Quartat. Äh, kannst du, kannst du links? Der Überflug. Ausklärung schicken. Oh, natürlich. Hahaha. Da halte ich dagegen. Warum hast du das? Ach, natürlich hast du die Drohne. Nimm das Schild auf. Hab ich. Nimm das Schild. Hast du ihn nicht links gesehen? Ne, war nichts. Da war. Hierzu, es zieht. Neun im Ziel. Neun im Ziel. Neun im Ziel. Neun im Ziel. Das ist kein Schild. Ja, ich will ja auch mehr verraten. Das ist eine gute Idee, alle. Hier ist Falcon 3.0. Persönliches Radar aufgebraucht. Rückruf zur Basis. Er will mich neigen. Versuch weiter links zu planten. Egal, wo er ist. Er muss planten. Außerdem will er nicht knifen. Bedeutet, der Rückgräger ist immer. Alter, das ist am besten zur Wand. Und dann warst du nicht mit der Tür zu der Tür. Besten. Warte mal, ist das mein Schatten? Das ist mein Schatten. Du wächst gleich paranoid. Ja, ach. Steten. Ja, ach. Steten. Die Zeit ist dumm. Bewegung. Aber du kriegst gleich nen Zahnstocher. Keine Angst. Mh. Unsere Bombe ist aktiv. Bewacht sie mit eurem Leben. Das wird nix. Er versteckt sie gar nicht da. Das würde dann in den Rücken fallen. Wahrscheinlich. Ja, genau. In der Kiste wahrscheinlich wieder. Oh, da ist hinten in der Baustelle. Sieh durch. Sieh durch. Muss nicht. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da haben wir super schnell mit den Messern, ne? Das war eigentlich nur als Spade gedacht. Das Problem war, ich hab Sounds gehört und ich dachte, er läuft vielleicht außen rum, weil die Sounds waren irgendwelche Trümmer. Ah, okay. Hallo. Der arme Oberarm. Ah, fällt erstmal um, Alter. Oh, 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 oh. Halt die Diva, ey. Was für ne Pussy mit dem Blutverschluss da. Ja, mit dem Blutverschluss. Dadurch wird er noch durchpowern, ein komplettes Set. Ja, wenn mir jemand den Oberarm da aufritzt, der meine Güte, du bist im Krieg. Wenn er ab ist, weißt du, dann können wir drüber reden, ob du vielleicht rumheulst. Du hast doch Flashwound. Wir werden jetzt auch nur Flashwound. Bereit für Überflug. Aufklärung schicken. Ach, nee. Bestätigt. Damit kann ich arbeiten. Danke. Weck. Drohne abgestimmt. Hallo. Hi, Dada. Was geht? Hi, Dada. Was ist jetzt los? Oh, Jesus. Was ist jetzt los? Ach komm. Bist du blöd? Hier, friss dies. Was soll ich damit? Dankeschön. Ja, ich dachte, die liegt nah, deswegen. Außerdem hatte ich ja mich auf Alex verlassen, aber der hat mich verlassen. Ich war doch auf dem Weg. Feindliche Bombe entschärft. Was so langsamer. Ja, ich hab mich angeschlichen. Wie hat sie mich getötet dadurch? Zwischendurch oder? Ich hab mich umgedreht. Er hat sich umgedreht. Damit er die Claymore... Ich wollte mich aber nur relativ fix umdrehen, aber es hat irgendwie zu lang gedauert. Ja. Außerdem hatte ich Alex unter mir stehen, der sie eigentlich hätte töten sollen, aber naja. Ein weiteres kleines Ründchen COD EMW ist zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Sagst du lange. Schau mal einfach. Tschau. Tschüss. Tschüss.